Wie viele Hirnzellen tötet so ein Vollrausch ab? Schwer zu sagen, aber da geht schon was verloren. Das ist also, da habe ich so manch einen Opfergang hinter mir. Wann waren Sie zuletzt so richtig amtlich besoffen mit Filmriss und allem? Auf jeden Fall bin ich jetzt nicht besoffen genug, um das zu verraten. Aber es ist nicht allzu lange her. Aber Filmriss, so erinnert man sich natürlich nicht. Durch das Rheinländische klingt es immer gleich so breit. Aber es ist kein Rheinländisch. Untertitelung des ZDF, 2020